Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du unter macOS deine Fotos-Mediathek auf eine externe Festplatte verschieben oder kopieren kannst. Ganz egal, ob du die iCloud verwendest oder nicht. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn der Speicher deines Macs voll ist oder wenn du eine Sicherungskopie an einem anderen Ort aufbewahren willst. Eigentlich ist das ganz einfach, aber es gibt ein paar mögliche Fehlerquellen. Ich zeige dir, wie du sie vermeidest, damit das Kopieren nicht fehlschlägt und damit die Fotos-App ihre Mediathek auch wiederfindet. Auf Wunsch kannst du die Fotos-Mediathek sogar trotzdem weiter mit der iCloud synchronisieren. Auch dazu gibt's am Ende Hinweise. Dieses Tutorial richtet sich an Einsteiger. Für Eilige gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Los geht's! Ein Grund, warum das Kopieren der Fotos-Mediathek fehlschlagen kann, ist ein falsches Dateisystem beim externen Speicher. Steck erstmal einen USB-Stick oder eine externe Festplatte mit genügend freiem Speicher an. Links zu den SSDs, die ich verwende, findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Anschließend öffnest du mit der Lupe die Suche und fängst an, Festplatten-Dienstprogramm einzutippen. Nach ein paar Buchstaben sollte es dir vorgeschlagen werden und du musst nur noch mit Enter bestätigen, um die App zu öffnen. Hier siehst du nun alle angeschlossenen Datenträger und die darauf enthaltenen Partitionen. Wenn du sie nicht siehst, dann klicke unter Darstellung auf Alle Geräte einblenden. Suche dann nach deinem externen Speicher und klicke auf die Partition. Der Speicher sollte entweder, so wie hier, im macOS Extended-Dateisystem formatiert sein. Oder, so wie bei dieser SSD, im APFS-Dateisystem. Ist das nicht der Fall, kannst du den Speicher neu formatieren. Klicke dafür hier oben auf Löschen. Aber Achtung, dabei werden alle Daten auf dem Speicher gelöscht. Achte unbedingt darauf, dass du den richtigen ausgewählt hast. Falls Daten drauf sind, die du noch brauchst, musst du sie vorher irgendwo anders sichern. Dann brauchst du eigentlich nur noch unter Format, APFS oder macOS Extended mit großen Kleinschreibungen auswählen und auf Löschen klicken. Eine genaue Anleitung zum Formatieren von Datenträgern unter macOS habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt die zweite mögliche Fehlerquelle. Öffne das korrekt formatierte Laufwerk, auf das du die Fotos mit der Tick kopieren willst. Wie du siehst, macht es nichts, wenn andere Daten mit drauf liegen. Jetzt drückst du gleichzeitig die Tasten Command und I. In diesem Infofenster muss ein Haken gesetzt sein bei Eigentümer auf diesem Volume ignorieren. Wenn da kein Haken ist, musst du wahrscheinlich erstmal auf das Schloss klicken und das Kennwort für deinen Mac eingeben. So wie nach dem Hochfahren. Dann kannst du das Häkchen setzen und das Infofenster schließen. Das Kopieren geht wie bei jeder anderen Datei. Schalte aber nicht gleich ab. Es gibt danach noch etwas Wichtiges zu beachten. Wenn du nicht weißt, wo die Fotos-Mediathek gespeichert ist, findest du den Speicherort ganz einfach in den Einstellungen der Fotos-App. Die Tastenkombination für die Einstellungen ist übrigens Command und gleichzeitig Komma, wie bei allen Programmen auf dem Mac. Unter Allgemein kannst du den Ort der Mediathek im Finder anzeigen. Hier ist sie schon. Bevor es losgeht, unbedingt die Fotos-App komplett beenden. Dafür kannst du auch, wie immer am Mac, die Tasten Command und Q gleichzeitig drücken. Jetzt packst du die Fotos-Mediathek mit gedrückter linker Maustaste und ziehst sie auf das gewünschte Laufwerk. Am grünen Plus-Symbol erkennst du, dass die Datei kopiert wird und nicht verschoben. Es gibt sie dann also zweimal. Ich möchte sie aber lieber verschieben. Deswegen halte ich zusätzlich die Command-Taste gedrückt. Das Plus verschwindet. Nun die Maustaste und danach die Command-Taste loslassen. Jetzt kann es, je nach Größe deiner Fotos-Mediathek, ein paar Sekunden oder einige Stunden dauern. Wie du siehst, ist meine Foto-Mediathek recht klein. Das liegt daran, dass ich sie mit der iCloud synchronisiere und die Option Mac-Speicher optimieren ausgewählt hatte. Das heißt, bei mir sind bisher nur Bilder in geringer Qualität auf dem Mac gespeichert. Die Originale liegen in der iCloud. Wie ich das ändere und wie viel Speicher meine Fotos tatsächlich verbrauchen, siehst du nachher auch noch. Ich kürze das Warten jetzt mal ab und dann siehst du, dass die Fotos-Mediathek auf meiner externen SSD liegt und nicht mehr im Bilderordner meines Mac. Hättest du sie kopiert, wäre sie jetzt an beiden Speicherorten. Nun muss die Fotos-App noch wissen, wo ihre Mediathek liegt. Dazu einfach auf dem externen Speicher einen Doppelklick auf der Fotos-Mediathek machen. Das öffnet die Fotos-App und mit der Tastenkombination Command und Komma öffnest du wieder die Einstellungen. Dort klickst du unter Allgemein auf die Schaltfläche Als System-Foto-Mediathek verwenden. Jetzt kommt unter Umständen dieser Hinweis zu iCloud-Fotos. Den kannst du mit OK bestätigen. Nun kontrollierst du noch unter iCloud, ob alles richtig eingestellt ist. Ich möchte meine Fotos mit der iCloud synchronisieren, damit ich sie auch auf all meinen anderen Geräten habe und damit ich ein Backup für den Fall eines Wohnungsbrandes habe. Da ich jetzt keinen Festplattenspeicher mehr sparen muss, ändere ich diese Einstellung auf Originale auf diesen Mac laden. Gleich siehst du, wie viel Speicher das bei mir verbraucht. Nicht verwirren lassen, die Fotos werden nicht wirklich auf deinen Mac geladen, sondern auf den externen Speicher, auf dem die Fotos-Mediathek jetzt liegt. Und ich zeige dir noch etwas, das verwirrend sein könnte. Im Bilderordner deines Macs liegt jetzt wieder eine Fotos-Mediathek. Die ist aber nur ein paar Kilobyte groß. Das gehört so. Lass sie einfach da liegen. Auf dem externen Speicher ist die tatsächliche Mediathek. Nach ein paar Stunden Synchronisation ist meine Fotos-Mediathek auf über 500 GB gewachsen. Die Platzhalter-Mediathek im Bilderordner ist dagegen klein geblieben. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie viel Speicher deine Fotos und Videos verbrauchen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüst in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne einen Superfix da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Fiatis, servus, ciao. Wenn du wissen willst, wer ich bin und woher ich komme, dann klicke hier auf das verlinkte Video.